Das kennst du wahrscheinlich auch oder du kennst auf jeden Fall eine Freundin, die hat Heißhungerattacken kurz vor der Periode. Chips, Gummibärchen, Cola hinterher, Burger, Pommes, all das, was süß und fettig ist, das muss jetzt genau rein. Aber warum ist das eigentlich immer genau vor der Periode? Das versuche ich dir in diesem Video zu erklären. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Medcon-Sendin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich eigentlich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können. Du kriegst von mir das Fachwissen und du musst mir eigentlich gar nichts geben. Wäre aber nett, wenn du ein Abo dalässt, da würde ich mich freuen. Cravings werden diese Heißhungerattacken auch genannt und ist eins der klassischen Symptome kurz vor der Periode. Vielleicht hast du ja aber auch mit Brustspannen zu tun oder Gereiztheit, Schlafstörungen oder auch Kopfschmerzen. All das sind ja auch so klassische Symptome der prämenstruellen Phase. Aber Heißhunger gehört eben auch dazu. Und hier gibt es wissenschaftlich so ein paar Ansätze, woran das eigentlich liegen kann. Und das ist total interessant und macht teilweise evolutionstechnisch auch super Sinn. Erster wichtiger Baustein ist Insulin. Das wirst du kennen. Insulin ist ja ein Hormon, was unseren Blutzuckerspiegel konstant hält. Insulin schleust Zucker aus den Gefäßen in die Zellen rein, das also im Blutgefäß, das relativ konstant bleibt. Was in der zweiten Zyklusphase bei Frauen passiert, ist, dass im Gehirn eine sogenannte Insulinresistenz vonstatten geht. Der Körper reagiert also im Gehirn nicht mehr auf Insulin oder weniger. Und das projiziert sich natürlich auch auf den Körper. Also der ganze Körper, die ganzen Zellen reagieren weniger auf Insulin, was zu einem gestörten Hungerverhalten und Hungerempfinden führen kann. Wird aber noch spannender. Oder Progesteron ist ja das Hormon der zweiten Zyklusphase. Progesteron ist ja das Schwangerschaftshormon, so wird es jedenfalls auch oft genannt. Also will der Körper natürlich jetzt auch irgendwie Reserven anlegen für eine mögliche Schwangerschaft, die ja sehr energieintensiv ist. Progesteron erhöht die Ausschüttung von einem weiteren Hormon, das sich Grelin nennt. Und Grelin ist dafür zuständig, dass wir Hunger empfinden. Je mehr Progesteron, Gelbkörperhormon da ist, desto mehr Grelin, desto mehr Hunger haben wir, weil eben die Reserve angelegt werden möchte für eine mögliche Schwangerschaft. Und zusätzlich verringert Progesteron und auch das Östrogen, das andere weibliche Hormon, dass die Energiereserven aus der Leber freigesetzt werden. Die Leber sagt also, beziehungsweise die Hormone sagen der Leber, nee, nee, lass mal die Energiereserven bei dir. Denn die brauchen wir ja vielleicht für eine mögliche Schwangerschaft. Also beide Hormone haben einen Energiespareffekt in der zweiten Zyklusphase. Und wenn wir schon bei den beiden Hormonen sind, jetzt wird es wirklich super spannend und total logisch. Östrogen und Progesteron haben Einfluss auf Neurotransmitter. Serotonin, Dopamin, mag dir vielleicht mal über den Weg gelaufen sein, sind unsere Glückshormone. Wenn ich durch die Achterbahn rase, dann stünde ich sehr viel von Serotonin und Dopamin aus. Was aber in der zweiten Zyklusphase vor allen Dingen passiert, ist, dass diese Spiegel von Serotonin und Dopamin runterreguliert werden. Erkläre ich dir gleich, warum das so ist. Also sind wir schlechter gelaunt, wir sind gereizt und wir wollen dieses schlechte Launegefühl, diese Gereiztheit irgendwie kompensieren. Also wir wollen wieder Dopamin hochfahren und Serotonin hochfahren. Und wie geht das am besten? Indem wir uns Glückshormone verschaffen, Glücksgefühle verschaffen. Und Essen, das kennen wir alle, kann sehr viel Glückshormone freisetzen, kann sehr viel zum Serotonin-Spiegel und Dopamin-Spiegel beitragen. Wenn ich mich also mit Schokolade belade und Gummibärchen, dann steigt mein Serotonin-Spiegel natürlich auch wieder ein Stück weit an. Was Frauen also versuchen, dass dieser sinkende Neurotransmitterspiegel durch so Glücksmomente durch Essen wieder so ein bisschen hochgefahren wird, damit die Balance wieder stimmt. Und wie machen das Östrogen und Progesteron jetzt mit diesen Neurotransmittern? Da kommen zwei Enzyme ins Spiel. Das klingt jetzt alles komplex, aber ich versuche es einigermaßen zu erklären. Es gibt ein Enzym, das nennt sich Katechol-O-Methyltransferase und es gibt ein Enzym, das nennt sich Monoamino-Oxidase. Ja, das klingt jetzt ziemlich fachchinesisch. Stellt euch diese beiden Enzyme einfach als eine Art Schere vor, die diese Neurotransmitter Serotonin und Dopamin zerschnibbeln. Also auch inaktivieren, denn so ein zerschnibbeltes Hormon, das kann nicht mehr wirken. Östrogen hemmt die Bildung dieser Enzyme, also dieser Scheren. In der ersten Zyklusphase, wo Östrogen also hoch geht, werden diese Scheren in die Schränke gepackt. Da funktionieren diese Scheren nicht, also bleibt auch Serotonin und Dopamin, unsere Glückshormone, sehr hoch und sehr stabil. Die Folge, Frauen sind zu dieser Zeit wahnsinnig gut drauf, energiegeladen. Und man spricht auch von dem Glow, also man hat eine tolle Haut, weil Östrogen auch noch Wasser einlagert und so weiter und so fort. Und dieser Glow, sagt man, macht natürlich auch evolutionsbiologisch Sinn, denn ich möchte ja auf mein Gegenüber momentan sehr glücklich und gut und energiereich wirken. Denn jetzt kommt ja bald der Eisprung und das ist ja für den Geschlechtspartner mir gegenüber das Zeichen, ich werde mal eine tolle Mama, weil ich bin energiegeladen und so weiter. Also dieser Glow und dieses Östrogen, was nach oben geht und dadurch diese Dopaminspiegel und Serotoninspiegel, die sehr hoch sind, machen durchaus auch Sinn, wenn man mal so in die letzten Jahrmillionen blickt. Ja, jetzt kommt aber leider der Spielverderber, das Progesteron, was nämlich ein Stück weit ein Gegenspieler vom Östrogen ist und indirekt eben diese hemmende Wirkung von Östrogen auf diese Scheren minimiert. Die Scheren kommen jetzt also aus den Schränken wieder hervor und die fangen wieder an zu schnibbeln. Serotonin, Dopamin wird wieder weiter abgebaut, sodass sie nicht wirken können und wir rutschen wieder in die prämenstruelle Phase, wo ja viele auch mit schlechterer Laune zu tun haben. By the way, das ist auch der Grund, warum eine kombinierte Pille zum Beispiel, also eine Antibabypille, oftmals diese zweite Zyklusphase ein Stück weit stimuliert, denn die körpereigenen Hormone, Östrogen, Progesteron werden ja zum Teil wirklich runtergefahren und es ist eher so eine Simulation der zweiten Zyklusphase, warum viele auch unter der Pille an der Stimmung merken, dass das nicht mehr so toll ist, wie es vielleicht vor der Pille war. Nur so als Randnotiz. So, jetzt haben wir schon mal so ein paar wissenschaftliche Erklärungen. Erstens, wie das Ganze zustande kommt und vor allen Dingen zweitens, dass das ziemlich normal, weil eben auch erklärbar ist. Ja, es gibt Frauen, die leiden da mehr drunter und es gibt Frauen, die leiden da weniger drunter. Woran das wieder liegt, mag daran liegen, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind, auch mit unterschiedlichen Ressourcen. Aber was kann jetzt bitte helfen? Das ist ja die Frage, die dir unter den Nägeln brennt. Ja gut, ich habe das jetzt, es überkommt mich richtig. Man muss sich das wirklich vorstellen, dass das wie ein Zwang ist, jetzt zu einem Blödsinn zu greifen und sich den reinzuschieben und diesen zu unterdrücken, ist extremst schwer. Das kann man sich, glaube ich, immer gar nicht vorstellen, wenn man noch nie drin gesteckt hat in so einer richtigen Heißhungerattacke. Da gehört schon wahnsinnig viel Disziplin zu, zu sagen, nö, Schokolade. Ich nehme jetzt ein paar Nüsse und schaufel mir die rein. Aber jetzt kommen wir zu so ein paar Tipps, die vielleicht helfen können, um diese Heißhungerattacke ein bisschen zu minimieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir müssen uns wirklich auf diesen Insulinspiegel konzentrieren, dass der relativ konstant bleibt. Wir haben das am Anfang gehört, was damit passieren kann. Also wirklich viele kleine Mahlzeiten über den Tag, Snacks über den Tag, dass der Insulinspiegel gar nicht in dieses Hoch und Runter kommt. Mittags zum Beispiel jetzt nicht mal schnell, weiß ich nicht, den Döner reinflammen oder den Schokoriegel schnell mal für den schnellen Energiegewinn. Ja, das bringt uns schnell Energie, aber der Insulinspiegel oder der Blutzucker, der rauscht dann wirklich ab und bringt uns wieder in diese Heißhungerattacke. Wenn man hier also relativ kohlenhydratreich und ich meine komplexe Kohlenhydrate, die lange aufgeknackt werden müssen oder auch proteinreich uns ernähren, über den Tag immer verteilt mit Snacks und so weiter, bleibt dieser Blutzuckerspiegel und damit auch der Insulinspiegel relativ konstant, sodass es dann vielleicht nicht zu diesen starken Heißhungerattacken kommen kann. Was dazu gehört, ist auch regelmäßig trinken, was ich auch mal wieder tun sollte. Denn sobald der Magen natürlich ein Stück weit gefüllt ist, kommt vom Magen, von der Wand her ein Sättigungsgefühl auf. Der sagt, oh ja, ich werde ja gedehnt, ich bin satt, also brauche ich jetzt nichts essen. Auch hier passiert hormonell komplexe Dinge, weshalb der Griff zum Wasserglas am Tag öfter passieren sollte, vor allen Dingen in der zweiten Zyklusphase. Dann können wir vielleicht auch noch statt auf das Hormon Insulin Einfluss auf unsere Neurotransmitter Serotonin und Dopamin nehmen. Wenn du also das Gefühl hast, jetzt kommt wieder die Phase, die drei, vier Tage, wo ich echt vermehrt unter diesen Stimmungen oder auch dem Heißhunger leide, dann versuche ich doch Endorphin und Dopamin anders hochzufahren. Das kann Sport sein, das kann Geschlechtsverkehr sein, das kann was weiß ich sein, Besuch beim Kegelclub. Hauptsache, ihr habt das Gefühl, ihr macht etwas, was euch glücklich macht zu dieser Zeit, damit eben Serotonin und Dopamin ausgeschüttet werden und ihr nicht in dieses Loch reinfallt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch jetzt irgendwas reinschaufeln oder auch es muss Schokolade sein, dann kauft euch doch einfach die Schokolade mit einem hohen Prozentteil an Kakao. Also 70, 80-prozentige Schokolade, die ihr einfach nur im Kühlschrank habt und nicht die andere Schokolade, die mit wahnsinnig viel Zucker auskommt. Denn hier könnt ihr natürlich den Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen konstanter halten und fallt nicht in dieses krasse Blutzucker hoch, Blutzucker stürzt ab, Heißhunger kommt wieder. Wenn die Heißhunger-Attacke da ist und du die nötige Disziplin aufbringen kannst, versuche nicht zu den Chips zu greifen, versuche nicht das schnelle Süße zu essen. Pack dir einfach deine Nüsse, pack dir einfach Obst oder Gemüse-Sticks und schaufel dir die rein. Das ist am Anfang wirklich eine Überwindung, zu den Möhren zu greifen anstatt, weiß ich nicht, zur Chips-Tüte, das ist klar. Aber wenn der Magen erstmal gefüllt ist und so langsam das Sättigungsgefühl reinkommt, dann ist es meistens echt ein gutes Gefühl. Dann machst du noch ein bisschen 70, 80-prozentige Schokolade hinterher. Und oft kriegt man dann so die Kurve, bevor man da wieder sitzt, hat fünf leere Tüten um sich rumliegen und denkt, Mist, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Aber so viel sei auch mal gesagt, das ist ein normaler Prozess. Es geht vielen, vielen, vielen Frauen so. Es ist auch mal nicht schlimm, wenn das mal ein, zwei Tage sind. Wenn du dich sonst super ernährst, ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Aber wir wissen alle, gesund ist es natürlich nicht, wenn man da viel Müll zu sich nimmt. Wer sich wiedererkannt hat bei den ganzen Symptomen kurz vor der Periode, darf sich dieses Video hier oben gerne mal angucken. Da geht es wirklich um die PMS oder PMDS auch. Und was das Thema zyklusbasierte sportliche Betätigung angeht, darf sich gerne mal hier unten jemand informieren, wer möchte. Ansonsten hilfst du mir sehr mit einem Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.